Willkommen zu Yannra Simulator meine Werte Freunde und heute mag ich das definitiv abgefucktste ever Ohne Witz, das wird das abgefucktste Video auf dem gesamten Channel Das wird so abgefuckt sein, dass ich Angst haben muss, dass es gelöscht wird Aber jetzt kommen wir erstmal zu Yannra Simulator, komm mal, das ist neee Seitdem ich das letzte Mal gespielt habe, sind einige Updates rausgekommen und ich zeige euch die Erneuerung Aber erst einmal Senpai anbeten Ich muss ehrlich verstehen, auf eine wirklich verstörende Art und Weise finde ich Yannra-Chan irgendwie sexy So ohne Katana vielleicht Wenn ich die anderen Schüler fotografieren will, dann reagieren sie Die zum Beispiel Aber das hängt immer so ein bisschen von ihrer Persönlichkeit ab Schau in die Kamera und sag, wie du dich fühlst, Baby Was? Als ob das seltsam ist, dass ich mir der Kamera direkt auf ihr Gesicht zähle Und dein Gebäck ist spätvoll hässlich, du kannst kein Foto von mir machen Die Rothaarige ist übrigens der Evil Bitch, ich zeige euch mal warum Und du bist tot, ey Alles klar Alles klar Ich glaube, da gibt es noch so ein Girl Wenn die sieht, dass ich jemanden umgebracht habe, dann läuft sie zu anderen Mitschülern In der Hoffnung, dass ich sie da nicht absteche Aber niemand kann vor Yannra-Chan fliehen By the way habe ich ja vor einigen Folgen diesen Käse entdeckt Und ich sagte Und diesen Käse können wir untersuchen, aber das bringt einfach mal gar nichts Der Yannra Simulator-Entwickler behauptet, dass dadurch irgendwas getriggert wird in der Schule Und anscheinend ist es eine Anspielung auf Undertale Ich wusste da aber noch nicht, was Undertale ist, ich habe das nicht gespielt Aber anscheinend hat es mit diesem Raum jetzt zu Videospielmythen-Modus Activated Und zwar geht es hier aber um den Totenkopf, der eine Anspielung auf Sans aus Undertale ist Und wenn man diesen Käse untersucht Dann Leuchtet dein Auge Es geht aber noch weiter und zwar gibt es hier noch eine richtig abgefuckte Erneuerung Und zwar kann ich hier das Messer-Ritual vollziehen Insert Knife Und jetzt passiert nichts Aber wenn wir jetzt jemanden abstechen, Freunde Dein Motherfucker Und das Messer zurücklegen passiert folgendes What the fuck Was zur Hölle bist du? Und was bist du? Oh, Bubis Du hast da ein schwarzes Loch zwischen den beiden What the fuck Schauen wir nochmal, was diese sexy Lady hier sagt Danke Okay, sie hat unter anderem gesagt, dass ich noch nicht bereit bin, um einer von ihnen zu werden Und ich frage mich, ob das überhaupt möglich ist Dann gehe ich mal zurück zur Schule, wa? Winkel, winkel Tschüss Schreibt mal eure Theorien, was diese Zwischendimension zu bedeuten hat Nicht wundern, wenn alle der Club-Anführer noch so komisch aussehen Das sind nur Platzhalter Aber sie sehen schon ein kleines bisschen creepy aus Kannst du mir sagen, wie deine Finger schmecken? Aber der Garten-Club ist jetzt unter anderem dieses wunderschöne Ding hier Ohne Witz, ich hoffe so sehr, dass dieses Video nicht gesperrt wird Okay, dann, see you tonight Holy fucking shit Guck mal, Leute, ich habe ein Geschenk für Senpai Oh shit Oh Er hat nur das Blut gesehen Ah, du trägst einen Kopf mit dir rum, alles klar Aber warum hast du so viel Blut in deinen Klamotten? Da habe ich wohl jemand auf den Arm genommen Ich habe einen Arm In meiner Hand Ich habe den Kopf eurer Freundin Den Kopf Wow, die scheinen Kokona echt gemocht zu haben So, ich werde jetzt aber noch einem weiteren Mythos nachgehen Videospielmythen-Modus activated Und zwar hat man ja versucht, den Dämonen im Okkult-Club zu beschwören Der Okkult-Club versucht einen Dämonen zu beschwören Aber sie sind nicht erfolgreich Aber das Schwabe-Share noch nicht möglich Bis heute Und zwar, wenn ich angeblich alle Mitglieder des Clubs töte Und ihre ganzen Körperteile auf diesem Kreis verteile Dann ist es möglich Okay, es hat nicht funktioniert, leider Aber das lag daran, dass ich die Körperteile im Kreis trennen muss Also nochmal Was? Was zum Teufel? Darf ich einfach mal anmerken, wie unglaublich geil das ist? Holy shit Klappt das auch beim... Ja, das klappt beim Lehrer Was ist das für eine abgepackte Scheiße? Ohne Witz Yo Warte mal, was passiert jetzt, wenn ich in diesen Modus In diese Zwischendimension gehe? Das würde mich mal interessieren Okay, anscheinend kann ich da nicht mehr hin Schade Trotzdem ist es da eine unglaublich geile Sache Und ich glaube, dass Slendermodus hier auch mega gut passt Wenn ich auf meiner Schule sowas hier sehen würde Die würde mich gar nicht killen brauchen Ich würde schon einen Herzinfarkt sterben Übrigens, wenn ich lange genug den Todkopf angucke Werde ich selber zu Sans Oh mein Gott, das hat funktioniert Spaß Den aktiviert man nur über das Easter Egg Menü Aber na, Bruder, kann sowas hier Die, Bitch Hi Bye Freunde, das war Jadra Simulator Und ich hoffe, das hat euch gefallen Schreibt in die Kommentare, was ich noch so ausprobieren soll Diese Lehrerin ist sowas, Sunfly Jetzt nicht mehr Gebt dann aber noch hoch, wenn ihr mehr sehen wollt Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst Und nicht vergessen Immer schon halbär, die positiv bleiben Bis zum nächsten Mal